ja ja ich kann jetzt neues holzzeug lernen was er rampen und sowas oder walls also was ist mit dem jetzt hier los hier? warte mal ich mach mal raven oh der ist mir da wirkt ein bisschen seltsam hier gerade würde ich ja gerne tamen kannst auch tamen kannst fliegen mit dem ja ich kann den gar nichts ich hab nämlich überhaupt nichts dann nehm ich das mal noch tamt den mal versuchts mal er fliegt grad weg haben wir nicht noch ne schleuder? ja ich hab eine aber ich muss ja grad lernen grad noch was braucht man jetzt überhaupt hier? also wir brauchen auf jeden fall wieder leder massig dann die frage ist ja was wollen wir jetzt überhaupt machen? eigentlich wollten wir ja unser haus ein bisschen ausbauen ja dann geh ich da jetzt rein einmal wood und hatch dann kann ich hier ähm dinger basteln damit wir hier ja in der dritten kiste aber wir haben nicht mehr so viel wood ja hab ich gerade rausgenommen weil ich jetzt scheiß wände bauen will ich geh ein bisschen wood sammeln würd ich sagen und jetzt sparen ne ne achse ist die mein glaub ich noch nicht wieviel sets hast du jetzt? ich hab grad alles was genommen aber ich frag gleich was rein aber sets sparen wir auf jeden fall auch noch es waren nur so 70 oder so also ich möchte jetzt alles was wir so haben in wooden walls bauen dann haben wir schon mal wände die wir hier irgendwo hinlegen können also auf die felsch brauche ich auf jeden fall auch noch was? ich brauche nämlich ein paar mehr extra oder einen switchen bauen Spitzhacke wär vielleicht nicht schlecht Spitzhacke wär vielleicht nicht schlecht Spitzhacke wär vielleicht einfach mal so Spitzhacke wär nicht mehr oder so wo soll ich hier das eine ähm Ding hinlegen was ich gebaut hab? Spitzhacke wär nicht mehr und wir nehmen die Wände erst mal eine kiste ja mal hier so rum Hat aber kein Wasser Das haben wir jetzt auch alles verloren, ne? Ach genau, du hast Dings gebaut Ja, wir brauchen aber dafür Wasser und die Rohre fast wahrscheinlich nicht, ne? Nee Kann ich aber auch bei uns schon Aber du kannst die Saatlinge schon mal reinhauen Kann man nur Kiste haben Bauen wenigstens kein Kistenplatz Ich geh mal Fetch und Wurz sammeln Ich frage was Felsi zu der Leimung vorhin Ach ne, die hier, die sehen am besten aus Ja, ja Sie ist So Schon ein bisschen Fetch sammeln hier Für unsere Unsere Eine Saate rein Von einer Sorte immer Anscheinend Großer nackter Mann, ey Oh, es geht allgemein nur einen, der sieht ok Was nur einen sieht? Ja Ok Ist ja doof So Bis wir sagen, wenn ich zu weit weglaufe, ne? Wir brauchen Wir brauchen Holz, ne? Was noch? Fetch Und Fiber Und Fiber Aber ich hab jetzt schon sieben Wände gebaut Ich baue jetzt noch eine, dann haben wir acht Ronny muss auch Rohre dann irgendwann anfangen zu bauen, weil sonst können wir keine Farben basteln Mhm So Ich kann jetzt auch Zäune bauen Marcel, ne? Also falls wir irgendwann was umzäunen wollen Ich hab jetzt acht Wände gebaut, die sind jetzt alle da drin Und wo hast du hier was gebaut? Ich kann Zäune bauen Nein, aber du hast doch hier irgendwas Ja, das steht neben den Dodos Das ist ne Farm Ja Für Bären Na da Erkennt man kaum in diesem ganzen Ding hier Ich sag, wenn ich zu weit weglaufe, müsste mir das sagen, ne? Ich bin gerade nur ein bisschen am Sammeln Ich hab noch nicht beschwert, oder? Ja Es sind noch 50 Meter von uns kannst du weg Es sind noch 50 Meter von uns kannst du weg Ich bin gar nicht hier Der Karsten, der da steht Ich bin gar nicht auf dem Weg Ich bin gar nicht auf dem Weg Das ist ein ganzes Mal Ich bin gar nicht auf dem Weg Ja Steve Eisenfaust Meine Taschen sind frei Und ich bin nur auf der Stelle Nach liefern die sich jetzt einen Showdown wahrscheinlich Schade Ja Das ist der alte Menschen Hat Carsten noch genug Essen? Muss mal gucken, ich denke schon Wir brauchen auf jeden Fall bessere Waffen um hier irgendwas großes zu jagen Du musst auch dann so Plattformen herstellen, ne? Plattform? Ja Ja, Carsten Du machst es Also ich hab acht Wände, alles was wir jetzt erstmal holen Machen wir in Dings In Plattform, ohne Plattform brauchen wir keine Wände logischerweise Ich hab mir meine Hände gebrochen Das gibt auch so Wie ist das hingegengeschafft? Oh ich hab den Attack! Hilfe! Leute! Oh nein! Oh nein! Ich geh mich jetzt erwischt Ich bring euch da nen Raptor mit Du bist doch hergeschlagen Ich sterbe auch Oh nein! Carsten stirbt auch, ne? Ich werd sowieso sterben, weil ich hab keine Dings Keine Items Ich hab gar nix Weil du musst respawnen, ne? Er ist hier, du respawned Carsten Do it! Please Carsten Dodo ist hier auf! Oh! Carsten Unser Gott! Nice Leute, nice! Arschloch Ich hab alle mein Zeug wieder gekriegt, das ist okay Jetzt müssen wir Carsten bis wieder positionieren Dann steigt mal jemand auf und bringt ihn da wieder hoch Ne, du brauchst ihn nicht hochbringen, weil Carsten hat n größeres Inventar, ne? Den kannst du alles Holz geben, was du hast und dann mit ihm rumlaufen Ja, aber ein bisschen gefährlich, hast du ja grad gesehen Ich wurde einfach aus heiteren Himmel attackt Aber für den Fall ist es ja Carsten Ich hab jetzt 200 plus das Fetch äh, die Dings gepackt Die Geste Hier Wenn ihr jetzt scheißen müsst, ne? Dann packt das in dieses Beet rein Ja Wo ist denn jetzt hier dieser Dings? Dodo, warum folgt denn der mir nicht? Sag mal, bist du irgendwie dämlich oder so? Komisches Faggotvieh Ich bring Carsten das schon wieder hoch Nein, nimmt doch Carsten mit? Nein! Wieso nicht? Hat er dir doch grade erklärt? Wenn der angegriffen wird und getötet wird, was passiert dann mit Carsten? Der kämpft auch bis zum Tod dann Ich hab ja dann Carsten Ich hab fast voll Ich bin doch zu unsicher mit Carsten Wir sterben doch zu schnell Weil ich noch nicht mal zu schnell was ich ihm zubuten kann Das ist halt Ja, momentan ist das nicht ordentlich, die mitzunehmen, ey Und ein Raptor ist ja noch ein kleineres wie wir Stell dir vor, das wär ein T-Rex gewesen Ja, aber hier laufen noch keine T-Rex rum Da hinten laufen auf jeden Fall T-Rex rum Aber wir wissen ja nicht wo Ja, aber nicht wie hier, wo wir Holz sammeln Ja, aber da kam direkt zur Hilfe der gute Carsten, ja? Weil ich hier angerufen wurde Trotzdem kam er ja direkt zur Hilfe Beziehungsweise er wurde runtergekickt, oder? Das war so, als dass er runtergekickt wurde Aus meiner Perspektive, wo ich hinten stand Ja, auf jeden Fall kam er dann Und dann hat er ihnen erst mal gezeigt, wo Carsten die Locken hat Die geben keinen Leder, oder? Wenn wir uns töten Wir geben keinen Leder, Alter, what the fuck Vielleicht geben wir ja auch Hier ist ein... hier ist ein... Ist Carsten male, oder viel male? Dann fassen wir unten rein, oder was? Carsten ist ein male Stimmt, Carsten ist ein male Weil gerade noch ein male ist, der genau vor unserem Haus gekampiert Meinst du, wir haben etwa schwule Parasaurisse? Scheinbar Hier unten ist vielleicht ein female, ich guck mal Bist du ein female? Lass mich mal unter den Rock schauen Und du bist... ein male So Haben wir jetzt genug für die Foundations und sowas? Nicht mal annähernd Was brauchen wir denn noch? Eine kostet 80 Was 80? Holz Ja okay, dann sag doch, dass wir Holz brauchen Wir können den ganzen Patch sammeln Ja, Patch brauchen wir auch Wir brauchen alles Wir haben von allen zu wenig Ich hab Patch jetzt 200 reingepackt Das reicht auch nicht ewig Okay Meine... meine Achse ist kaputt Ich bin überladen Meine Handschuhe sind kaputt Ich bin überladen 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 Und Carsten kackt schon wieder aufs Dach? Ja, dann nimmt die Scheiße und packt sie jetzt in das Ding rein Spät? Ja. Carsten steht da ein bisschen scheiße. Sein Schwanz schiebt ihm jetzt irgendwie hin und her. Ja, dann steigt er auf und... Du kannst ihn ja alle reiten. Ich bin aber nackter Mann. Ich will nicht, dass meine Klöten den anfassen. Ich glaube, es interessiert Carsten nicht wirklich. Der scheiß Raptor überrascht er mich erst mal beim Holz fallen. Ja, das braucht man jetzt. Ich brauche Holz. Ich brauche blind. Hat mir schon klar, dass das Carsten nicht mit ihn stört. Er ist ja auch ein schwuler Parasaurus, haben wir doch gerade festgestellt. Ja, der hier ankam ist ein schwuler Parasaurus gewesen. Da habe ich direkt eine gelatze Nase weggerannt. Naja, aber unser hat vielleicht dem signalisiert, hey komm mal rüber. Vielleicht. Ja. Wieso haust du einfach so arme Dinos? Damit er auch bleibt. Ob ich denn eigentlich K.O. schlagen wollte? Ach, ich lauf out of range von... ... von Herbert. Detlef, Horst, irgendwas. Na, ich würde sich wieder zufolge laden, ey. Oh Gott. Wasserrohr ist auch noch. Ja, da ist kein Wasser. Ja, aber wir haben keine Rohre für das Wasser. Ich muss sowieso saufen gehen. Aber trotzdem saufen gehen meine ich. So kriegst du trotzdem kein Wasser ran? Hm. Ich kann's im Mund aufbewahren und wieder zurücklaufen. Ja, wie lange müssten wir das machen? Ja, keine Ahnung, wenn ihr mithilft, dann würde ich's gehen. Ja, ne. Habt ihr unter Wasser mit ner Freinschalter schießen können? Nein, kann ich nicht. Ist ja auch Unsinn, ich merkste selber, oder? Ja. Aber hätt ja sein können. Der läuft hier immer noch ganz aufgescheucht rum. Das ist ein anderer. Der ist aber verletzt. Keine Ahnung, was der hat. Teilt es ein? Das ist auch ein Mail. Wie soll ich's denn einkeile? Ich hab gar nichts. Mein Freund, ich will dir doch nur helfen. Oh Gott, ein bisschen langsam unterwegs. Ach komm, dann geh doch weg. Flieh. Du Narr. Was bist du? Ich verstehe ihn hier. Mail. Los, zieht einer. Du sagst ja, alle Mails versammeln sich hier bei uns, also. Naja, kosten doch die von da oben, ey. So, ich bin jetzt erstmal ne Meerjungfrau. Und bin hier auf meinem komischen Stein. Ich sag's ja, Ronny, wenn du die Tiere schlägst, ne? Laufen zu den nächsten T-Rex und locken den an. Echt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wäre blöd. Dann wären die ja richtig Retarde. So, wir haben jetzt knapp 300 Holz. Knapp 300 Fetsch. Oh, ich bin da wer ab. Und knapp 300 Fiber. Also, müsste schon... Warte, ich sammle hier nochmal kurz Holz fertig. Dann stelle ich mal ein paar Dinger her. Ja, so drei oder vier dürften das sein. So, was kann ich denn jetzt bauen? Ein Käfig kann ich bauen. Ich sag, Rohre bauen, ne? Ja. Pipe straight. Stone irrigation. Pipe intake consumes. Wooden spike. Also, wir brauchen halt die Rohre für das Wasser. Kriegstrommel. Wir brauchen die Rohre. Grabsteine. Wir brauchen die Rohre. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, welche Rohre ich jetzt hier bauen soll. Wahrscheinlich alle. Pipe straight consumes. Pipe tap. Ich meine, wir müssen ja unsere Plantagen bewässern, die wir noch nicht haben. Ja, direkt. Requires engram stone irrigation pipe. Okay, dann nehm ich das. Zack. 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 Jetzt nehm ich die Pipes. So wie noch vier Punkte? Vielleicht wäre es dann aber ein bisschen sinnvoll, wenn wir uns... oder unsere Plantagen näher ans Wasser legen würden. Ja, das können wir auch. Das ist kein Problem. Ich hab so nur... Alter. Der Raptor schlingt dein Ding immer noch hier durch. Der Raptor, hab ich schon. Holzschild hätte man auch noch bauen können. Du kannst ihn casten, denn er hat nen Namen. Ja. Ja. Echt mal. Zement. Zement. Zement? Kann ich dir die dann... neue Schuhe machen? Und dann gehen wir eine Runde schwimmen. So, ich hab jetzt hier... Ja, rohe Rohren sowas. Kann auch direkt eine bauen. Ich brauch massig Steine. Steine und Holz. Ich hab nur keine Ahnung wie das funktioniert mit den Rohren. Das weiß keiner von uns würde ich sagen. Ich brauch einfach mal was ich kann. Ich brauch noch einen Wasserkontainer. Ich baue erstmal diese Plateau-Sets. Dann baue ich mir mal wieder irgendwie Waffen. Damit ich wieder irgendwas bauen kann. Oder zumindest eine Axt oder so. Damit ich irgendwas... Soll ich die Rohren schon mal legen? Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert. Nein, wir werden wahrscheinlich das unser Dings weiter nach unten legen. Ein bisschen. Ja. Hier oben ist zu wenig Platz. Und ich würd's direkt hier vorne unten machen. Da wo jetzt diese Menschenleiche liegt. Das Feld oder was? Ja. Dass wir da dann so ein größeres Feld drum machen. Das können wir ja einzäunen damit da keiner reinläuft oder so. Ja, das kann ich wirklich. So, ich hab jetzt fünf Stück erstmal gebaut. Nur Holz haben wir einfach nicht. Ja, kannst du noch Zäune? Wie viel brauchen die? Ja. Aber... Warte mal, ich... Oder kannst du erstmal eine Axt bauen? Zau braucht 20 Holz. Kannst du erstmal eine Axt bauen? Ich hab... Kann selber nicht. Ich hab keine Axt. Kann ich wieder Holz sammeln gehen zumindest ein bisschen, ne. Ist ja voll lästig sonst. Ein Wood... Das... 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 Karsten steht ein bisschen scheiße, ne? Ich schieb mich die ganze Zeit wie durchs Haus. Ja. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Holz. Ja. Schiff kostet. Deswegen hab ich jetzt ja entweder ne Axt. Wir müssen eigentlich in den Wald gehen und da abholzen. Ich geh da mal hin, ne. Ich hab ja nur ne Axt zu verlieren im Moment, also ist das nicht so schlimm. Ja, ich kann eigentlich alles andere auch in ne Kiste packen erstmal. Die allererste Kiste, wenn wir ins Haus kommen, ne. Da pack ich mein Zeug mal rein. Links aber dann. Nicht rechts. Ja. Ja. Und da müssen jetzt auch ein paar coole Bäume drauf gehen hier, die etwas weiter weg sind von uns. Ja, warte ich komm... Ich rutsche mal kurz. Ich will auch noch was reinpacken. In die andere Kiste, ne? Ja, ja. Hier liegt ja eine direkt vor der Tür. Ja, aber auf der linken Seite irgendwo, nicht rechts. Rechts ist Material. Ja, ja. Ja, ja. Das hab ich nämlich auch nur... Warte, die Spitzhacke brauch ich... Doch, Spitzhacke nehm ich mal lieber mit. Man weiß ja nie. Stein brauchen wir doch auch für die Rohre. Warte mal, ich hätte mal die Axt reparieren sollen, bevor wir rausgehen. Ja. Nehm... Ja, ein paar Mats kriegen wir ja auch unterwegs, ne. Also... Ja, ich stehe mir das unterwegs dann. Ja. Das würde ich auch sagen, nämlich. Ja, meine Axt ist aber so gut wie kaputt. Weil die Rohre packe ich auch trotzdem noch rein. Ich baue jetzt mal, würde ich sagen, ein paar Rohre fertig. Ja, Stein haben wir echt viel. Also das kannst du echt aufbrauchen. Ja, braucht ja noch Holz auch. Dafür. Na gut, das sind... Ja, Holz. Ich hab ja auch keine Ahnung... Wir sollten den echt nicht aufs Dach stellen. Warum? Der macht ja grad nix. Der Schwanz kickt mich aber die ganze Zeit durchs Haus. Muss mal eben was gucken, ob man irgendwie einen Container bauen kann, wo das Wasser aufgefangen wird. Dass man das dann weiterleiten kann. Dass man das dann weiterleiten kann. Also wenn das heiß. Bist halt n hotter Boy. Ja. Wo ist meine Körpertemperatur? 32 Grad. Ja, wie sieht's denn jetzt aus, ey? Ich kann hier nicht weitergehen. Ich hab nur gerade geguckt, ob man irgendwo einen Container warnt. Wo man dann Wasser aufsammelt, aber... Ja, aber das kannst du ja machen, wenn du 20... 100 Meter näher rangekommen bist, ey. Ja, ich komm hier schon. Damit wir ein bisschen, ne? Urweiter trotzen. Ich hab jetzt auch... Doch, ich hab einen Speer noch dabei. Angegucken. Falls das ernst wird. Ich hab gedacht, wir bringen ein bisschen mehr, ey. Ich hab sieben bekommen. Ich hab einen. Und die Palmen da bringen den auch nicht gerade wenig dran. Oh, guck mal, der Dino ist das tot hier. Echt sonst. Wo willst du das wissen? Weil der Wunden hat. Weil der Wunden hat. Und mir hat er keine. Ja, er hat aber Wunden. Das hast du vorhin schon mal gesagt, dass du keine Wunden siehst. Ja, ich hab aber nichts dabei und ich möchte ihn echt nicht angreifen. Ne. Ich auch nicht. Vor allem brauchen wir das Fleisch im Moment nicht so dringend. Ne, nicht wirklich. Das Leder wär vielleicht nicht schlecht. Aber wir wollen ja jetzt mal ein bisschen Infrastruktur aufbauen bei uns. Ja. Dass wir mal irgendwie mehr als nur eine kleine Strohhütter haben. Weil's die Petten kommt. Deswegen... Geht, rühre gerade. Oh ja, ich muss auch was trinken. Ist da irgendwo was in der Nähe? Moment. Ja, im Urwald unten war doch so ein Strand. Da liegt ein totes Tier. Was warst du am Wasser? Ne. Ich muss nämlich auch zum Wasser. Ich komm von hier aus da nicht hin. Ja. Wir dehydrieren hier gerade. Das ist schlecht. Wir müssen drum rumlaufen hier. Ich glaub wir werden bestimmt gleich geportet. Hä? Hier unten konnte man doch dann weiter oder nicht? Da war doch dann Wasser. Wenn man da weiter reingegangen ist und dann links gehalten hat. Haben wir da nicht automatisch ans Wasser? Ja. Ja. Wasser. Bist du schon da? So gut wie. Du cockblocks mich da aber. Ich brauch einen Flint. Und dann kann ich meine Axt reparieren. Ja. Ich hab ne Spitzhacke dabei. Also ich kann Flintern sammeln. Indem ich hier was getrunken hab. Ich brauch wie gesagt nur einen Flin. Also ich komm hier einfach nicht runter ein. Wasser. Naturgekühlt. Was liegt denn hier? Boah. Ein riesen Dino der K.O. ist. Nein der ist despawned. Wasser, Wasser, Wasser. Hier sind was durch Dinos gerade ey. Oh ich bin der Werb. Ist ja auch ne Wasserstelle. Nice. Na guck 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 guck. Guck mal ob du irgendwas bauen kannst was zum Container ist. Zum Wasseraus Brush. Leute, ich werde weggejagt von der Biene. Ralf hat auch ein Tech, Ralf. Oh Gott, du hast Mössich am Arsch. Lauf einfach, Ralf. Lauf. Ich bin tot. Okay, Lalf. Es war schön mit dir. Boah, ich kann ins Wasser laufen, weil ich komme sie da nicht hinterher. Im Wasser ist man safe. Echt? Hm, bis die Piranhas kommen. Ja, aber du sollst ja nicht tief ins Wasser. Sicher 15 Punkte zu lernen ist, wenn ich mal gucken hier. Also ich kann Rohre bauen, ein Rohrschaltungssystem. Wollen wir uns hier erstmal, er portet uns gleich. Wenn du da weiterläufst, ja. Du ziehst uns jetzt aus dem Wasser raus. Ich will wieder hoch. Du killst uns immer gleich. Ja, du ziehst uns aus dem Wasser raus. Du killst uns damit, ne? Wieso, wo seid ihr denn? Wir haben immer noch was in dem Wasser. Ja, ich sterbe jetzt, danke. Ach, ihr seid beide da hingegangen, oder was? Ja. Damit wir uns wieder treffen konnten. Ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück. Der Ralf hat schon auf mich geknospert. Ja, da ist noch ein Yeti, alter Shit, ey. Ja, im Wasser bist du safe. Du wolltest damit, dass ich was gucke? Und dann ziehst du mich aus dem Wasser, ey. Das ist echt nice. Ja, ich muss auch wegrennen. Ja, komm zu uns. Im Wasser ist man safe. Ich kann aber nichts bauen wie ein Eimer oder sowas. Das geht nicht. Ich freue mich dann, wie das gehen soll. Mit dem Rohr-System. Das weiß ich auch nicht. Das weiß wahrscheinlich keiner von uns. Und wir sollten hier wieder langsam rauslaufen. Weil da links sind zu harte Dinos wie ins Köln. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, dann kann ich dir jetzt gleich hier abbauen. Ja. Vielleicht kommt das ja noch, dass du dann die Rohrleitungen gut benutzen kannst. Weißt du wie? Vielleicht brauchst du hier einfach nur ein bisschen Wasser legen. Das kann auch sein. Das würde sogar Sinn machen. So. Ich hab jetzt Flint. Eins brauchtest du, ne? Mhm. Das ist noch ein bisschen mehr. Aber... Voll nachs und lang hat Saure tot auf dem Boden. Aber erst dies von, dass ich drauf gehauen hab. Kann passieren, ne? Ja. Zwar schade. Aber so ist es halt. Das seien sich blöd ist natürlich, dass wir jetzt hier unten sind. Wir kriegen ja hier wieder hoch. Aber trinken war wichtig. Oh, dass wir da hochgehen einfach. Und die Zeit so langsam abläuft. Mein Zeit ist ab. Mein Zeit ist ab. Mein Zeit ist ab. Mein Zeit ist ab. Und dein Zeit ist jetzt. Ganz genau. Du kannst mich sehen. Das würde ich mir wünschen für die Bienen und so. Du kannst mich sehen. Du hast dir ja schon wieder aus deinem Arsch reif. Okay, lass dir mal was kurz häufiger gehen. Oh nein. Und du kannst dir die anderen Hinsch problematischen. Also die spinnen denn her, ey? Kannst du runtergehen? Der ist echt hart gut angeschlagen hier. Ja, aber ich würde ihn trotzdem nicht train. Ne, natürlich nicht. Ich habe überhaupt nichts an Items an nix. was will man da tryen ey dann wissen wir nicht mal ob man den überhaupt damage machen mit unseren kleinen Sperren da kann er angeschlagen sein ich hab nicht meinen Sperr ich auch nicht da vorne ist der Wald wieder ja nee wie gesagt also da sollte man grad nicht hin wieso ist denn da schon wieder? siehst du ihn oder nicht? ich weiß nicht was das ist ihr kennst nicht richtig das ist ein Carsten ok